Wow, ist das toll! Sag mal! Guten Morgen meine Lieben! Ich bin auf dem Weg zu Johanna, denn sie möchte für die Kinder Bademäckchen kaufen und ja, die haben wir ausgemacht, dass sie das gemeinsam, also sie wird mich unbedingt dabei haben. Ich denke mal, es bereitet sie auch ein bisschen Freude, einfach mal rauszugehen. Ich habe nicht so viel Zeit, ich muss noch Videos bearbeiten, aber werde das jetzt sehr gerne trotzdem mal machen. Tut mir auch ganz gut, etwas rauszukommen. Johanna, fertig? Ja. Ja. Wow. So, meine Lieben, so schnell kann es gehen. Ich bin wieder zurück, wollte mit der Kamera die Oma mich ein bisschen erschrecken. Für sie ist das ja ein bisschen, sie ist eigentlich nicht ganz cool, aber ja, ich wollte ein bisschen Zeit für sie, mir nehmen. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Der Edi. Ich muss was essen. Ich habe gar nicht gegessen. Wir haben gerade eben gegessen, der Edi hat was zu essen gemacht. Wir haben uns so ein bisschen in der Wolle gehabt, das habe ich auch nicht aufgenommen. Ich glaube, jetzt geht es wieder. Jeder ist satt. Und ich habe gerade am Briefkasten Sachen von Amazon gehabt und da ist Arbeitsspeicher und den mache ich gleich mal rein. Habe das noch nie gemacht. Ich glaube aber, bei diesem iMac ist es ziemlich easy und da ist ein bisschen dreckig. Der Gianni war ja gestern dran. Die Zeit rennt. Ich habe das eine Video noch nicht mal fertig. Werde jetzt aber einfach alles runterfahren. Problem ist, normalerweise würde ich dann auch schnell mal googeln, wie das geht. Ich habe ja kein Internet. Vermute aber einfach das Ganze ausschalten. Und ja, wir versuchen es einfach mal gemeinsam reinzumachen. Hinten ist so eine kleine Öffnung und das dürfte eigentlich ziemlich easy gehen. Im Augenblick habe ich nur 8 GB Arbeitsspeicher und hier sind 16, dann hätte ich 24. Das dürfte dann im Gegensatz zu den 8 um einiges schneller dann gehen, weil ich kann kaum arbeiten da dran. Der stoppt die ganze Zeit und stürzt mir sogar ziemlich oft ab. Mein Kaffee habe ich jetzt noch hier oben gelassen und wo mein ich? Ich versuche jetzt die ganze Zeit zu trinken, weil ich das sehr, sehr vernachlässige. Und man das auch sofort an meiner Haut jedes Mal sieht, ist sie aus wie eine Rosine. Und gerade wenn man sich so die Lippen... Eine Stelle ist immer noch etwas weniger, weil der Klaus hat nonstop am Meckern ist, dass ich übertreibe. Aber jetzt haben wir eine Stelle, die noch aufgefüllt werden müsste. Klaus allerdings meint, das wäre perfekt für sie Zigarette sein. Ja, also lustig. Idris? Ja? Kannst du mir mal kurz helfen? Ja. Ich bin hier oben. Was denn? Ähm, ich will meinen Arbeitsspeicher erweitern. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das Ding hier aufgeht. Kannst du mal gucken, ob du vielleicht da raufkommst? Die Kamera läuft. Sehr lieb. Was da aufgeht? Hier muss diese Arbeitsspeicher rein. Aber guck mal. Wie kriegt man das auf? Weißt du, dass du da bist? Ja, ja. Das weiß ich, dass man den da wechselt. Nur ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich... das Ding mal fest. Danke. Du musst da einen Knopf reindrücken. Ah. Der Junge hat Ahnung. Gut gemacht. Darauf wäre ich nicht gekommen, das Ding abzumachen. Okay, dann... Also, ich habe es jetzt einfach reingemacht und hoffe, es funktioniert. Okay, eins... Okay, wahrscheinlich nicht richtig. Ich habe jetzt 16 und eins ist nicht richtig drin. Okay, dann fahre ich das Ganze wieder runter. Aufschalten. Ich habe meine Videos nicht gemacht. Aber wir haben jetzt auch Feiertage. Ich muss schauen, was es alles für ein Angebot gibt, dass wir einen Großankauf machen können. Okay, also... Okay, eins steht nicht richtig drin. Jetzt. Ja. Es war nicht richtig drin. Jetzt müsste es gehen. Gott. Ja, 4 über 4. So, jetzt bin ich gespannt. über diesen Make, kuck schon, speichern. Ja, 24. Cool. hadadadada. Cool. Hey, ich habe ein It's my life geschnitten und ich habe ja keine Internetverbindung. und ich wollte so einen coolen Trailer vorne machen für dieses wow ist das toll für dieses Format und kann es nicht mehr weil ich mich nicht entscheiden konnte damals und jetzt geht es nicht aber Final Cut hat einige Übergänge und jetzt habe ich mir gedacht versuche ich die erstmal zu benutzen ich kriege wieder keine Luft mehr ich bin nach unten gerannt muss ich holen ich werde auf jeden Fall meinen Spaß haben wenn ich das schneide und mir denke Patricia du kriegst nicht mal einen Satz zusammen also ich habe jetzt diesen Trailer zusammen gebastelt mit den Übergängen die ich einfach hatte und der Edi holt die anderen Kinder und hat gesagt ich soll den Jalen. Ich hole mal den Jalen. Mama, vorher war ich weiter und dann war ich wieder kürzer. Hä? Nein. Ja, dann guck mal da. Und dann ist wieder, ach so, ich lache. Ja, Adjila holt noch was. Guck mal. Guck mal, guck mal. Weißt du, dass ich da oben was vergessen habe? Echt? Ja. Gut, bitte noch was. Und dann, jetzt kommt noch weitere Nahrung. Johnny, wie war es? Oder Mama? Baba hat die Socken angezogen. Die sind so pink, 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 pink und rosa und pink und gelb, gelb, gelb. Ich habe mich voll vermisst. Und das ist recht dann. Und alle... So, wann haben wir das? Am 14. Am 14. Kam指 ich in den Constitutionen? Meine Damen Weiß. Also was hat das in den cosechen? Was ist die letzte? Die letzte. Da... Kuck-La, Guck-Guck. Du kannst nicht in denodies getrehen? In der ersten und in der zweiten Folge? Weißt du noch? Erste? Äh... Mama? Ja? Dieses ist auch ganz cool. It's my life, it's my... It's my Johnny... Papa! Ist das toll! Sag mal! Das ist doch viel zu leise! Ja, es ist zu leise. Ist das toll! Das ist echt zu leise, es ist echt leise. Wow, ist das toll! Johnny, du kannst keine Kamera nehmen. Ich mach das. Mit Zellen. Zellen, ich komme! Seid ihr lieb? Papa! Papa! Ich wollte dich dann mal fragen. Hast du Nein gesagt? Mama! Mein Knopf steht auf dem Min und dem Min und dem Min. Hey, du hast auf deinem Knopf dem Min stehen. Oh, Johnny, du stinkst! Mama, siehst du hier eine Tüte da? Da ist eine Tüte? Ja, eine Geschenktüte. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Das lässt sich zu sehen. Ich hab gebastelt. Ja, und was sucht sie? Ein Blumenbeet? Hä? Mama! Mama! Fräulein! Ja, Schatz? Ich singe schön. Guck mal da! Ja, das war's nicht. Wir gehen zum Frisör mit dir. Du hast wieder... Das heißt von Luzi. Lange Haare. Hallo, Oma! Hallo, Oma! Wo bist du denn? Wo bist du? Oma! Oma, der meint damit Oma. Oma! Wo ist Oma? Kannst du schon mal ein Besteck holen, mein Schatz? Oder Atelier? Papa! Mama! So, Kinder. Sieht echt super gut aus. Andere haben so ein Essen zu Weihnachten und die schmolz. Da kann sie doch nicht widerstehen. Selin, magst du aber ein Stückchen probieren? Nein. Selin, probier mal. Nein, wir bleiben. Guck mal, Selin. Probier mal. Ich brauche ein Kartenmesser. Ach, Celia. Lass die Ach, Celia in Ruhe. So hat es eigentlich Schatzes. Das, genau. Boah. Ich hab's nicht getan. Mach nicht, mein Schatz. Willst du ein bisschen trinken? Wo sind die Kinder? Wie ist der Gianni? Hat der Gianni einen Gaben? Ja, hatte. Und? Wie sind die Kartoffeln? Ich hab mir was überregt. Du, Mama, warte, ich grüße mich. Und du halb mich. Mama. Ja, Mama. Immer. Immer diese Frauen. Mama. 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 Wo ist Papa Regenbogen? Na, Regenwurm. Ah, da ist Papa Regenbogen. Mama. Guck mal. Da ist hoch. Der wollte deine. Guck, Papa. Mama. Ja, Danny. Guck mal. Wie süß der ist. Schatz? Ja? Also, ich will einen neuen Sandkasten machen. Wir brauchen einen neuen Sandkasten. Neuen Sand. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Weil die Erde da so... Das sieht nicht so schön aus. Geht nicht. Hat es hier nötigt, Schatz. Hör auf meinen Kopf irgendwelche Informationen zu gehen, die ich nicht gebrauchen kann. Hast du fertig mit Videos? Warte, nein. Du überforderst mich. Weißt du, was ich mir nämlich gedacht habe? Es gibt doch so auf den Spielplätzen manchmal so Rindermulch. Rindenmulch. Rindenmulch. Ich habe immer Rindermulch gesagt. Heißt das echt ich? Ich habe das immer gesagt, Rindermulch. Stimmt, das ist ja kein Rind. Rindenmulch. Es ist Baumrinde, ne? Ich habe auch Strebergarten gesagt, anstatt Schrebergarten. Oh mein Gott. Und du hast ja irgendwie gesagt, das heißt nicht Strebergarten, sondern Schrebergarten. Wow! Guck mal, was lernt man? Jenny, wo bist du? Ich habe Kopfschmerzen von den Mädels. Edi, das wollte ich an den Sandkasten drumherum machen. Rindermulch. Aber wenn die Blätter fallen? Wow! Ja, muss man die Blätter weg machen. Also Rinder und Rindenmulch würde unter diesen Blättern unter dem Baum untergehen. Da steht fest. Ja, aber wie kriegt man das dann weg? Gar nicht, das kannst du nicht. Du kriegst Rindenmulch mit weg. Ja. Habe ich einfach gespart? Ja, Mann. Das sieht so hässlich aus. Ich finde es nicht hässlich. Nein. Nein. Dann, ich krieg jetzt mal. Mama und die Marshmallow. Ist das irgendeine Schweinebacke von denen dann aufgepasst, Mama? Johnny, nein! Ich spiel mal. Johnny, nein! Das ist dreckig. Babas Parkzeit und Mama. Johnny, Johnny! Wenn ich die Alte verlasse und ausziehen muss, ist sie immer noch da, weil ich kann dann einfach ausziehen. Dann bin ich der, der ausgezogen ist und die Wurke immer noch da. Also ich kann sie noch nicht mal verlassen, ja? Dann denkt sie sich toll, jetzt ist der weg. Doch, doch, doch! Kannst du das? Ja, ja, ja. So und nicht anders. Ich hatte keine passende Jacke gefunden von der Farbe her. Du hast eine schwarze angezogen? Ich hatte sie wirklich auch nicht nur in der Farbe her. Ich hatte sie wirklich auch nicht nur in der Farbe her.